hallo liebe freunde ein herzliches hallo auf meinem kanal heute tag 5 servos bis lades es geht zum zwölfer kopf hier im eisigen stark wird man kann schon sagen sturm aber heute ist auch wieder ziemlich windig, keine sonne, ja kalt ist es trotzdem und ich denke mal wir fahren jetzt die 700 die sicht ist schlechter heute dafür auch kein wind, gestern hatten wir auf dieser seite ja auch kein wind, dafür auf der anderen seite ja bisschen anstrengender auch mehr leute auf der piste und heute ist der fünfte tag vor sieben also lassen wir es heute ruhig eingehen ich denke mir das noch ein bisschen ich denke mir das noch ein bisschen Wir sind jetzt von der Frommelsalp den Rest der 7 runtergefahren auf die 1, die 1 runter bis zur Talstation Sonnebahn. Wir sitzen jetzt in der Sonnenbahn und fahren in Richtung Möseralm. Und da werden wir dann nochmal einkehren. Was essen. Was essen. Wir sind jetzt zum wiederholten Mal die Möseralmbahn gefahren. Wir fahren jetzt nochmal wieder runter. Vor einer halben Stunde saßen wir noch im anderen Lokal. Und zwar im Rest der Ramm Möseralm. Doch nun geht es wieder runter zur Talstation Fest. Fünf Skitage in sieben Wochentagen sind bald zu Ende. Jawohl. Jetzt haben wir noch eine weite Abfahrt. Und da kommen wir unten an. Waldbahn Fiss. Und das war es erst einmal. Ja. Aber wir haben ja noch eine Idee. Die wäre Kaunertaler Gletscher. Ja. Das halten wir im Auge, ne? Bitte recht freundlich. Da drin ist okay. Da drin ist ja . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020